recht herzlich willkommen zur 33 folge von simo trans ja da kommt gerade wieder ein schiff an aber wir hatten letztes mal waldeck im visier und wollten da nämlich schauen dass es sach schon noch eine bushaltestelle da mehr gibt dann müssen wir mal hier über die karte am posten gehen waldeck war da oben da ist es dann müssen wir eine bushaltestelle mehr einbauen das ist aber nicht ganz so schwierig das kriegen wir schnell gemacht die kommt dann dahin dann brauchen wir natürlich die vier städte linie die hier ein einzelnen vier städte linie ändern und waldeck libellenstraße ist es die muss vor waldeck ostdeutsches rathaus weil der ostdeutsches rathaus ok dann machen wir einfügen dann kommt er davor an fährt nach waldeck rebengasse dann wieder zum ostdeutschen rathaus dann vor flotung müssen wir es noch mal einfügen so und dann fährt der klosterstraße nachher zurück in die kiosk straße steht hier das ist da nicht die kloster ach so das ist die erste wahrscheinlich dann in der liste da müsste aber so passend sein gut fährt alle busse sind hier auch gut ausgelastet vielleicht schon zu gut ausgelastet nö zehn personen alles im grünen bereich oder da wartet auch schon gleich eine person wir warten hier 35 und hier hinten vier personen ok da kommt ein bus wie sieht es da aus mit personen im bus 14 so gucken ob der schon anhält ne der kannte den haltbar nicht der muss erst irgendwo anhalten wahrscheinlich um dass er neuen fahrplan kriegt gut jetzt hält er an 0 von 37 passagiere hat dann weiter ich sollte eigentlich da anhalten noch keiner hin aber die vier wollen er wenn man sogar schon jetzt zurück zum rathaus und am rathaus steigen dann ne keiner aus ne der flote wird umgestiegen da steigen wir 7 quasi ein und das heißt dass der bus haltestelle kann keiner mehr mitfahren das ist nicht gut müssen das würde einer aussteigen er weiß es nicht so erhält er zwar jetzt an aber er fährt trotzdem weiter ohne zustieg möglichkeit war das jetzt gibt es noch einen nein gibt es gerade keinen bus hier in der ecke gut da kommt einer gefahren können wir mal offen lassen aber der ist auch schon voll geladen das sind wir gerade verfolgen und schneller laufen foto hafen ist voll ok der hat jetzt kein raus geschmissen und dann fährt er zum hafen wahrscheinlich unterschmeißen und da schmeißen sie alle raus ne das auch da ist jetzt und da nimmt aber wieder welche mit oder ja und da kann er auch keinen an sag schon an der ellenstraße aufnehmen ja den mal aus sieht es mit dem aus auch voll geladen und der fährt bis waldeck rabengasse und waldeck aus straße das sind die beiden hinteren das heißt in der ellenstraße geht auch wieder nix wäre da noch zu überlegen ein mehr drauf zu setzen oder so 237 288 371 384 und diesen doppeldecker nach so ein halber doppeldecker mit 100 passagieren 598 kostet ja wow passagiere ist der weg entschuldigung so der fährt 82 kammer bei 37 passagiere 37 und er fährt 45 das sind gerade mal 8 mehr müssen wir ausrechnen wie viel einer ist ne 288 384 60 passagiere also wenn es dieser wahrscheinlich interessant ist es dann 50 passagiere liegt bei 4 2 99 dann 50 2 99 50 2 99 ja das wäre schon wahrscheinlich zu überlegen den mit auf die strecke zu schicken vier städte und starten wir mal und er fährt jetzt nach flotow zur klosterstraße das passt ja schon dann dann lass uns den mit beobachten gerade gucken was der erreicht gut gut und ja super sind schon tatsächlich eingestiegen das können wir mal zu machen und dann würde ich gerne in riedenburg oder der ort da heißt mal die straße länger ziehen und gucken ob es dann vielleicht da wächst kommt man fast voll und da natürlich gleich einer hinterher gefahren immer noch 37 passagiere und gleich fährt er mit null dann ne oder der große bus ist aber voll und der hat immer noch 32 grad bekommen also so ist nicht oder vielleicht fährt er auch in eine andere richtung das kann ja sein der fährt nach weldig und der fährt nach lauter okay dann passt das das ist alles gut noch bei dem was macht aber der zweite hier der fährt nach lauter ok der fährt also hinter dem großen hinterher der fährt auch noch lauter ok da müssen wir gucken wie sich das hier weiter verhält aber lass erstmal laufen gut wir wollten oben bei riedenburg noch eine weitere straße bauen vielleicht wächst der ort dann ist hier ein bisschen knapp mit der straße ne was gibt es mir irgendwo eine sehenswürdigkeit oder was da unten haben wir noch was was ist das das ist eine sehenswürdigkeit guck mal an postabkommen und passagierabkommen dann machen wir das doch so dass wir hier einfach mal eine straße hin machen und gucken dass wir da einen bus fahren lassen oder so zwei haltestellen dahin da muss man direkt hier hin oder oder da oder da und die zweite ist dort so dann machen wir noch eine ding ist das schon das war eine landstraße hier leitfassen könnte man da bauen interessant dann machen wir mal hier an dieser stelle noch ein depot hin dann passt das schon und dann einen kleinen bus nehmen wir den der fährt den fahrplan von dort nach dort und das ist eine neue linie und das ist die linie 27 und das ist die linie das ist die linie wenn man das Ich wollte die Karte verschieben, noch mal gucken, wie heißt es wirklich Rieden? Riedenburg, ja. Nennen wir das mal so. Gut, dann ist das ok und dann können wir den starten. Aber er hat den Namen wieder nicht angenommen. Wunderbar, ne? Keine Ahnung warum. Also, hier nochmal hin. Bang, passt. So, da laufen sogar Leute durch die Gegend, guck mal an. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist aber keiner am Bus drinnen. Schauen, ob da welche hinwollen oder nicht. Vielleicht kommt da ja auch was. Wir können ja auch gerade an die Bushaltestelle hier unten gehen, dann sehen wir das, ne? Nö, das ist jetzt noch nicht. Wird sich dann mit der Zeit ergeben. Gut. Gucken wir mal unsere Finanzen an, wie die aussehen. Betriebsgewinn im Monat. Jetzt sind wir leicht im Plus gewesen. Da müssen wir ein bisschen was tun, ne? Dass es besser aussieht, oder? Das sind ja nicht gerade die besten Zahlen hier. Das heißt, wir gehen in die Liste rein. Gucken wir uns die Fahrzeuge an. Wird nach Gewinn sortiert. Und dann gehen wir mal zum Beispiel hier hin. Da, der fährt Wiese ein. Was wartet der jetzt? Schrott. Und den Fahrplan von ihm ist da. Und das andere ist... Ne, das müssen wir nicht machen. Der soll schon da bleiben. Wollt's mal angucken. Und dann lass das mal. Und ich guck mal hier rein und sehe dann, dass hier Schrott überläuft. Ne? Genau so ist es. Gut. Deswegen fährt er nicht mehr. Ne, das ist doof, dass der jetzt durch die Gegend fährt. Das sollte der ja gar nicht machen, ne? Fangen wir wieder da rein. Macht das jetzt auch. Zweiter Zug. Das ist jetzt der. Der fährt jetzt auch dahin. Interessant. Altenau, Stahlwerk, Alt. Ja, das ist genau das gleiche, ne? Okay, dann ist das gerade so. Teilmaus da angekommen. Fährt aber auch los. Kein Schimmer warum. Aber ist gerade so. So. 440 Paletten ein Stück gut getan. Der fährt mieser ein. Der muss da dran vorbei, ne? Ja. Und hier sind. Und hier sind. 1,40 Paletten ein Stück gut. Okay. Von hier. Und das klappt. Und hier sind 2,40 Paletten ein Stück gut angekommen. Okay. Da wird transportiert. Hier haben wir den Bus, der ist wo unterwegs? Flügelbetriebshof. Okay. Das ist jetzt die Frage da hinten, ne? Diese Bushaltestille bringt es wahrscheinlich gar nicht. Ich den jetzt auch. Achso, der ist da offen. Kann ich den auch nicht kriegen. Ist klar. Ja, der hat 2 mitgenommen, ne? Hat sich das rentiert, ist eine andere Frage. Jetzt habe ich das Fahrrad sehr hingewischt. Nicht den Schließen-Button. Das zweite Schiff ist die Milchgeschichte, ne? Genau so ist es. Fährt auch noch diese ein. Wo ist denn das zweite jetzt hin? Ach, da war er gerade hinter der Sehenswürdigkeit. Lass die mal gerade bei der offenen Lichter noch sehen. Wir haben dann hier noch einen Bus. Ach, das ist der Stadtbus Radolfzell, ne? Okay, die Busse werden mit der Zeit wahrscheinlich auch irgendwann Plus fahren. Das dauert nur seine Weile, bis das dann größer ist, dass es passt, ne? Diese Bushaltestelle zum Beispiel hat halt nur ein Feld. Wir wollen sie bedienen, damit die Stadt wächst. Und dem ist halt so. Hier oben haben wir ja auch noch einigen gebaut, ne? Genau. Das sind die Verlustgeschäfte im kleinen Bereich, würde ich aber sagen. Hier fährt einer mit Stückgut. Jetzt holt der Bier. Ich glaube, der holt Bier von der Brauerei, ne? Genau. Irgendwie rechnet der sich da nicht, oder was? Der hat 140 Wiese zwölf Paletten geladen. So. Ist er noch auf dem Hinweg, ne? Genau. Okay. Der hier mit zwölf Paletten, ja. Ist so. Hätte man hier verkürzen können höchstens, dass er direkt zum Markt fahren kann. Aber viel rechnet sich das her. Manchmal rechnen sich diese paar Meter, die er hier um die Kurve fahren muss dann, ne? Gut. Gucken wir mal, was er absetzt dann. Wir hatten ja vorhin auch mal einen Stau da irgendwie so ein bisschen. Vielleicht lag es auch daran, aber eigentlich nicht. H83 wieder miese, ne? Der kommt jetzt ins Plus. Gucken wir mal. Okay. Da oben rechts ist der. Okay. Drei Passagiere. War das der, der hinter dem... Nein, der vor... Nein, das ist unser neuer Bus. Okay. Das passt dann schon. Wo ist die Bushaltestelle? Da. Da warten tatsächlich sieben Leute. Okay. Dann ist das ja auch okay. Oder Floto. Ich glaube, hier ist jetzt keiner dabei, der zur Sehenswürdigkeit möchte. Umgekehrt. Warten fünf Personen. Guck an. Hat er denn schon Transport gehabt? Für Förderung. Doch, er hatte schon mal 13 Leute da drinnen. Ja. Da schau her. Ja, das wird sich auch entwickeln. Mach die Statistik wieder zu. Gut. Da sind fünf Leute. Er hat jetzt geladen. 140 Stück gut. Und die Milch ist auch schon drauf. Ja. Dann will ich jetzt sagen, verfolgen wir den mal und lassen wir schneller laufen, um zu gucken. Wie sich das da rentiert dann. 20.000. Hat hier fast nix gemacht. Oder wie sehe ich das? Aber das ist eine Achtung, das ist jetzt eine Null geworden. 1800. Ja, da ist ein leichtes Plus jetzt dran stehend, aber, falls ich das auf Dauer rentiert, ist dann die nächste Frage, oder? Gut, okay, die Schiffe sind dann noch zu beobachten. Unser Bus hat jetzt drei Personen drin, ne? Waren da nicht fünf an der Bus heute sterben? Hat er welche unterwegs verloren? Ach, wir haben schnell gemacht, der ist bestimmt schon wieder auf Natur, ne? Genau, die Schiffe, die waren ja rund unterwegs. Steigt aber keiner ein, ne? Und da unten sind jetzt gerade auch keine. Ist jetzt auch gerade nicht schön, ne? Gut. Aber dafür haben wir jetzt hier den Erfolg, dass das sich vergrößert, ne? Die Stadt wächst, weil wir die Straße gesetzt haben, das ist ja auch cool. Gut, die werden dann definitiv ja auf Dauer auch hier mal zweite Busstehaltestelle brauchen und dann berechnet sich der Bus nachher. Gut, okay. Lassen wir das außen vor. Das kann zu. Und ja, wir müssen hoffen, dass zwar hier mit der Bilanz nachher besser aussehen, ne? Das sind Jahre, das sind Monate. Ja, wir sind aber zum Schluss jetzt immer im Plusgebiet. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020